Musik Ja, mit Eisenbahnromantik auf der preußischen Ostbahn, was interessiert denn so ein renommiertes Programm an dieser Eisenbahnlinie? Nun ja, früher mal war das eine der bedeutendsten Eisenbahnlinien Europas und jetzt ist es nicht mehr durchgehend befahrbar. Es ist jetzt in drei Abschnitten unterteilt in Deutschland, Polen und in Russland. Was allerdings vom Interesse ist natürlich, dass es, sagen wir mal so, ein wiedergelesenes Interesse gibt. Ich glaube, wir müssen unterbrechen. Was ist da das Spannende, das Wichtige, Interessante an einem Bericht über diese Ostbahn? Na ja, Ostbahn hat Vergangenheit und hat Zukunft. Einerseits ist es eine der bedeutendsten Strecken in Europa gewesen für die Versorgung von Ostpreußen und von den ganzen Ländereien bis nach Russland quasi. Gut, es war eine militärische strategische Strecke, logisch, bis an die russische Grenze, an die Grenze von Russland-Kaiserreich damals. Das hat sich natürlich durch die historischen Ereignisse völlig aufgerieben. In der Zwischenzeit sind es drei verschiedene Stationen, also einmal in Deutschland, in Polen und auch in Russland. Aber insgesamt gesehen ist es natürlich auch ein Projekt der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, weil auf beiden Seiten der Grenze ist natürlich diese Ostbahn von enormer Bedeutung. Ob das jetzt die Pendler sind, ob es den Ausflug in den Tourismus reingibt. Insgesamt gesehen ist es dann auch noch eine Strecke mit Zukunft. Also wenn das europäische Streckenwegenetz vernünftig ausgebaut wird, dann wird man natürlich diese Strecke auch zweispurig haben und nicht nur einspurig teilweise. Und dann ergeben sich dann auch wieder neue Perspektiven. Also insgesamt gesehen ist es ein sehr interessantes Projekt, das wir zeigen wollen. Und natürlich, wie bei Eisenbahnromantik üblich, ist es natürlich auch eine hochinteressante, sehr schöne Landschaft, sodass also sehr verständlich ist, dass die Menschen hier Urlaub und Erholung suchen. Ja, das ist ja für das Publikum eines solchen Programms auch wohl wichtig, dass das so ein bisschen gleichzeitig Urlaubstipps oder so anheimelnde Situationen sind, bei denen man sich wohlfühlt. Ja, natürlich, klar. Na ja gut, also Eisenbahnromantik ist ja nicht ein Film oder eine Eisenbahndokumentation nur über die Eisenbahn, sondern was wir zeigen wollen, ist natürlich auch die Gegenden oder die ganzen touristischen Highlights, die es in dieser Gegend für diese Eisenbahn gibt. Das heißt, wenn ich jetzt technisch interessiert bin, dann kriege ich das auch. Aber insgesamt gesehen geht es natürlich dann auch Strom, Länder, Menschen und die ganzen Geschichten drumherum, um diese Eisenbahn zu zeigen. Sie waren ja von Anfang an mit dabei bei der Eisenbahnromantik, die ja als eigentlich so eine Art Pausenfüller gedacht war mit 10 Minuten Minifilme. Und dann ist das so gestartet, dass daraus ein richtiges, vollwertiges Programm wurde mit unheimlicher Popularität. Wie erklären Sie sich diese Attraktivität? Na ja, wir müssen uns nur überlegen, wie viele Jungs, wenn sie mit Eisenbahnen, mit Märklin oder Modelleisenbahnen aufwachsen. Und wenn man Jungs in dem Alter fragt, na was willst du mal werden, dann ist Lokomotivführer immer ganz weit vorne. Das war früher schon so, das wird heute immer noch sein. Ich war nicht ganz von Anfang an dabei, die ersten 10 Jahre habe ich zwar schon in dem Center gearbeitet. Ich habe Hagen damals gleich schon kennengelernt und das Interessante war ja, er hat mir damals, lange bevor das losgegangen ist, das hat er mir von seiner Idee erzählt, auch das mit den Loks, die bei den Jungs da ist. Und wir haben damals zusammen mit dem SDR, das ist die Deutschen Rundfunk, zusammen in der Fußballmannschaft gespielt. Und da saßen wir dann in Saarbrücken abends an der Bar und dann hat er so von seiner Idee erzählt. Bis dahin hat er Sportreport gemacht und an Landesschaubeiträge und dann hat er gemeint, also sein Traum wäre dann eben so eine solche Eisenbahnfilme zu machen. Und ich fand das eigentlich damals nicht so spannend, weil ich dachte, ja, ja, mach mal. Und er hat es dann also zielgerichtig wirklich umgesetzt, Stück für Stück, vom Pausenfüller über die Kurzfilme bis hin zu einem wöchentlichen und dann sogar fast jeden Tag. Die zunehmende Popularität, außerdem ein Programm, das also kein Ende gesehen hat. Also eigentlich gibt es jetzt kommen die Tausendste Folge, wird jetzt in diesen Wochen gesendet. Das heißt, es gibt eigentlich kein Ende, es gibt immer alle... Wie gesagt, wenn ihr jetzt hierzt gerne, der K Restrowing wird auch nicht mellan,去 die Graben caves. Dieses Gedanken werden... Ja, das ist... Das ist das, was du stands' Das ist das, was du brauchst. Nach drei Minuten wird es kommen. Das ist der, der hier kommt? Ja, das ist der, nach drei Minuten kommt, ja. Das ist der, wo wir gehen? Das ist der, wo wir gehen? Ja, ja, ja. Okay. Und also Berlin wird das hier kommen? Ja, ja, ja. Genau, ich nehme das. Das ist nicht interessant. Let's go. Vergiss es. Ich nehme das. Weiter. Gut. Ja, also ... Das ist schwierig, ja. Also wir waren, wir waren gewesen, dass Themen gibt es ohne Ende. Ja, ja. Und dieses Jahr gibt es, wie gesagt, die tausend Sendung. Ich plane im Moment tausend, keine Ahnung, tausend vier, tausend fünf in Brasilien. Dann gibt es jetzt hier den hier. Der ist ja jetzt gleich am 11. Dezember. Also relativ nah dran. Wieder laut. Mann, 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 diese Eisenbahn. Mann, die im Fürschen sind. So laut. Aber, da kann man auch sagen, so ein Programm versöhnt auch die Kritiker ein bisschen in der Bahn. Wird man nur sagen, ach, das ist zu spät oder so? Ne. Ne. So spät, wie die Deutsche Bundesbahn ist, kann überhaupt nicht versöhnen. Also da will ich mich auch gar nicht anlegen und sagen, ja, ja, wenn wir schöne Filme machen, dann wird es die Bundesbahn aussöhnen. Das ist es nicht. Aber ich meine, die Bundesbahn ist ein riesen Netz mit unglaublich komplizierten Streckenbewältigungen, unterschiedlichen Firmen, die da mit dabei sind. Also man kann da, sagen wir mal, von Estland kann man vieles lernen, okay. Aber Estland ist auch ein kleines Land und ist zentriert und das System und das Netz ist nicht ganz so groß oder überhaupt nicht so groß wie die Deutsche Bahn. Also, aber es gehört einfach dazu. Auf die Deutsche Bahn kann man stimmen, stimmt oder nicht. Meistens stimmt es ja nicht. Aber die Geschichten, die sie hergibt, die sind schon schön. Und von daher, und international ist sowieso kein Ende zu sehen. Also man findet immer irgendetwas. Ich bin mal gespannt, ob ich die Sendung Nummer 2000 erlebe. Muss man sehen. Ich glaube nicht, aber die Sendung 1000 ist schon mal ein Erfolg. Also, dass es eine Sendung fertig bringt, auf 1000 zu kommen. Ja, das muss man sagen. Also, jetzt ist natürlich das Format ohne den Hagen von Ottloff so einen sympathischen Moderator als Nachfolger zu finden, ist auch schwierig. Muss man ein bisschen anders dann machen. Das ist eine andere Form. Also, mit Hagen zusammen war das immer mit einer Moderation davor. Hagen selbst hat die Idee verwirklicht. Er nimmt im Prinzip auch noch teil. Auf Facebook hat er dann einen Kanal, wo er regelmäßig seine eigenen Filme macht. Also, der bleibt der Bahn ständig erhalten. Klar, der hört nicht auf. Der wird wahrscheinlich mit der Eisenbahn nicht zusammen. Und dann wird wahrscheinlich die Eisenbahn die erste sein, die drunten liegt. Und nicht er. Also, ich bin da sehr zuversichtlich, dass der noch weitermacht. Und es gibt auch keinen Grund, warum nicht. Und sein Nachfolger, der Harald Kirchner, ist auch ziemlich von Anfang an dabei gewesen. Also, er macht das ganz in dem Sinne. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Notwendigkeit, dass man es einfach modernisiert. Nicht im Sinne von, es ändert sich eigentlich ziemlich viel. weitermachen. Ich bin über die Schmerzen. Ihnen ist, ihr könnt nur zwischen den Kbsen auch neuen Wirken sehen uns. Ja. Wir essen im hundredseleben. Jungen für heute那麼 wichtig ist. Ich bin durch. Wenn heute Da behaviour questo.